So, wir sind bei der nächsten Buch-Heftvorstellung. Das nächste Heft, das ich in der Hand habe, ist auch gar nicht so dick. Es hat den Titel Lass los, Sorgen sind ein Date mit dem Teufel und ist von Oktober 2021. Allerdings war das schon die zweite Auflage. Es ist entstanden, ich erinnere mich noch an die Zeit, da war ich auf dem Campingplatz, als Corona kam. Und viele plötzlich sich um alles mögliche Sorgen gemacht haben. Deswegen auf der Rückseite von dem Heft habe ich eine Seite abgedruckt, die wir damals als Flyer hatten mit Bibelstellen. Ich lese euch die gerade mal vor, die Bibelstellen waren aus der Gute-Nachricht-Bibel. Psalm 16,5 Herr, was ich brauche, du teilst es mir zu. Du hältst mein Los in der Hand. Und darunter habe ich dann eine kleine Info. Gott wird dir alles zuteil werden lassen, was du brauchst. Psalm 91,1 Wer unter dem Schutz des Höchsten Gottes lebt, darf ruhen bei ihm, der alle Macht hat. Als Kind Gottes darfst du dich beschützt wissen. Ruhe! Römer 8,28 Was auch geschieht, das wissen wir. Für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil dienen. Die Kurzinfo, Gottes Kinder dient alles zum Besten, seid zuversichtlich. Psalm 91,14 Gott selbst sagt, er hängt an mir mit ganzer Liebe, darum werde ich ihn bewahren, weil er mich kennt und ehrt, werde ich ihn in Sicherheit bringen. Lob und Ehre den Herrn mit Danksagung und Lobpreis. Psalm 27,1 Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr beschützt mich vor Gefahr. Vor wem sollte ich erschrecken? Hab keine Angst, der Herr ist bei dir alle Tage. Jesaja 26,3 Einem festen Herzen bewahrst du den Frieden, den Frieden, weil es auf dich vertraut. Halte am Herrn fest, dann wirst du Frieden haben. Hebräer 10,23 Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Habe Hoffnung, denn Gott ist groß, gut, treu und gerecht. Johannes 20,29 Jesus sprach zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die nicht sehen und doch glauben. Fang an zu glauben, auch wenn du noch nichts siehst. Isaiah 26,4 Darum verlasst euch auf den Herrn immer da, denn Gott, der Herr, ist ein Fels ewiglich. Vertraue dem Herrn, er ist für dich da, auch in schwerer Zeit. Sprüche 3,5 Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Gott kann so viel für uns tun, wenn wir ihm vertrauen. Also das ist so auf der Rückseite des Heftes und da habe ich dann, ja, einige Kapitel. Ich gehe sie einfach mit euch durch, dass ihr ein bisschen die Themen wisst, die ihr da drin findet. Das Heft ist tatsächlich gar nicht so dick. Es gehört zur Audio-Reihe. Ich habe ein paar Seiten, wo ihr dann Platz habt für eure Notizen am Ende des Heftes und immer mal zwischendurch bei den einzelnen Kapiteln. So, dass ihr immer ein Video gucken könnt, könnt lesen, was habe ich dazu geschrieben und ihr könnt euch Notizen machen. Und es ist auch ein Heft, das man gut, ja, gemeinsam studieren kann. Also die Kapitel sind, ich blätter es durch, ich habe einmal ein Vorwort gemacht mit Römer 12, Vers 2 Und passt euch nicht diesem Wettlauf an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und dann habe ich Judas 1, Vers 4 Also Nummer 1 Der Grund, warum wir uns keine Sorgen machen müssen, ist, es ist vollbracht. Da reden wir darüber, was Jesus am Kreuz getan hat. Dann das Nächste ist, keine Sorgen machen, wenn das so einfach wäre. Genau, darüber reden wir dann. Die Reihe ist, glaube ich, sogar auch auf YouTube. Dann Kapitel Glauben und Vertrauen. Da geht es darum, dass man halt Gott kennenlernen muss. Amos 3, Vers 3 bis 7, dort heißt es Gehen auch zwei miteinander, ohne dass sie übereingekommen sind? Brüllt der Löwe im Wald, wenn er keinen Raub hat? Lässt der junge Löwe aus seiner Höhe die Stimme erschallen, wenn er nichts erwischt hat? Nein, Gott, der Herr, tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Es gibt dann auch immer noch zusätzliche Bibelstellen, die ihr dann nachschlagen könnt. Dann doppelter Diebstahl. Lerne mit Freude deine Konsequenzen zu tragen. Ja, wenn man da mal ungehorsam war, dann muss man unter Umständen eine Konsequenz tragen. Wichtig ist, daraus zu lernen. Ein Kapitel, das ist auch wirklich richtig gut, Schwarzmalerei. Das Wort sagt es schon, wir malen etwas schwarz bzw. dunkel. Es gibt kein Licht. Paulus schrieb in seinem ersten Brief an die Korinther, Kapitel 2, Verse 1 und 2, So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus und zwar den Gekreuzigten. Das ist ja auch in diesem Heft, das ist auch gut für den Anfang geeignet, weil es nicht zu überladen ist. Andere Hefte, wie zum Beispiel Gnade, Glaube, Evangelium oder dann auch Alter, Neuer Bund, Unterschiede verstehen, die gehen schon sehr, sehr, sehr dann ins Wort und ins Detail. Und für den Anfang ist es, glaube ich, echt gut, einen groben Überblick auch zu haben und mal viele Dinge zu wissen und dann kann man noch mal tiefer reingehen. Ein Kapitel, euer Vater weiß, ja, also Verheißung für die Jünger, Gott kennt uns, unsere Haare auf dem Kopf sind gezählt. Jesus kam für die Sünde und die Unterdrückten, ist ein Kapitel. Dann, es geht dich nichts an, ja. Ich habe mal, habe ich auch geschrieben, mir kam einmal ein Satz zu Ohren, der hieß, es gibt meine Angelegenheit, deine Angelegenheiten und Gottes Angelegenheiten. Ja, und wir neigen halt dazu, uns in die Angelegenheiten andere einzumischen oder uns auch in Gottes Angelegenheiten einmischen zu wollen. Ich glaube, es ist gut, bei den eigenen Dingen zu bleiben. Dann ein Kapitel, kannst du dich mit anderen freuen? Wie gesagt, wir besprechen das Thema, Sorgen sind ein Date mit dem Teufel. Und das sind alles praktische Dinge, die man so im Leben hat, wo es darum geht, Mensch, wie gehen wir damit um? Keine Zeit zu verschenken, ist ein Kapitel. Wer suchend ist, Problem, zu viel Zeit, das ist tatsächlich ein Problem. Viele Christen haben zu viel Zeit und verplempern ihre Zeit für unnötigen Kram, statt ihre Zeit auszukaufen, woüber das Wort spricht. Dann, du hast einen freien Willen und Vollmacht. Sorgen wegen Ungerechtigkeit. Sorgen weltlicher und geistlicher Art, das habe ich auch immer wieder, dass man mich da halt hinein verstricken will, in diese weltlichen Angelegenheiten. Blick in die Zukunft, weigere dich, Geschichten zu denken, selbstsüchtige Wünsche ade, bleib dran, gib nicht auf. Sorgenfalle, Verfolgung, also man kann viel Sorgen machen, dass man als Christ verfolgt wird für das, was man glaubt. Sorgenfalle, Reichtum, ist auch ein wichtiger Punkt. Alles allein machen wollen, werde überwinde durch Christus. Das ewige Leben als Schlüsselelement des Glaubens, ja, da brauchen wir uns keine Sorgen mehr zu machen. Mangel oder Überfluss. Ein Problem tatsächlich habe ich auch, kenne ich auch. So habe ich immer mal wieder, dass ich sage, oh, bei mir ist gerade das, oh, und dann wird mir geschildert, wie schlimmer dieses Problem im eigenen Leben ist. So nach dem Motto, oh, dieses Problem habe ich auch, kenne ich auch, ist viel größer als deins. Haben wir ein Problemdenken oder ein Lösungsdenken? Dann, wir sind Erben Abrahams durch Jesus. Sorgen um Götzen. Genau, und dann habe ich noch verschiedene Punkte. Ich habe euch anfangs diese Bibelstellen vorgelesen, Psalm 16, 5, Psalm 91, 1. Da habe ich zu jedem dieser Bibelstellen auch nochmal ein Video gemacht, da gibt es dann in dem Heft keinen Text dazu. Aber eine leere Seite, wo ihr euch dann Notizen machen könnt aus den Videos. Also, wie gesagt, eine Videoreihe Sorgen sind ein Date mit dem Teufel. Kann man auch am Anfang sehr gut reinschnuppern und sich dann von Heiligengeist inspirieren lassen oder zeigen lassen, was so dran ist. Ich hoffe, es hat euch gesegnet und beim nächsten Buchheft wird es ein bisschen knackiger.